Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema implizite Funktionen. Gemeint ist damit eine Situation, die uns in den Wirtschaftswissenschaften immer wieder begegnet, nämlich wenn ich eine Funktion von zwei Variablen habe, beispielsweise eine Produktionsfunktion oder eine Nutzenfunktion, die ein bestimmtes Niveau erreichen soll, dann kann ich nur eins der beiden Argumente frei wählen, das andere ist dann implizit als Funktion des ersten festgelegt, wenn ich nämlich also diesen bestimmten Funktionswert erreichen möchte. Hier illustrieren wir das einmal am Beispiel der Produktionsfunktion. Wenn also ein Hersteller ein Gut aus zwei Rohstoffen A und B produziert, mit einer Produktionsfunktion F, wobei x1 und x2 dann eben die Mengen von A und B sind, dann könnte die zum Beispiel so aussehen. 100 mal x1 mal x2 ist also hier eine Produktionsfunktion vom Typ Cobb-Douglas. x1 hoch 1 mal x2 hoch 1. Und damit erreichen wir dann irgendwie eine Outputmenge Q. Und wenn ich jetzt dieses Q festlege, dann habe ich alle möglichen Kombinationen von x1 und x2, die dasselbe Outputniveau erreichen können. Und ich kann dann eben auch die eine Variable etwas erhöhen und dann die andere Variable etwas senken. Da spricht man dann von einer Faktorsubstitution, die da stattfinden kann. Das klassische Beispiel in der Volkswirtschaft dafür ist eine Produktionsfunktion von Kapital und Arbeit, wo ich in einem gewissen Umfang Kapital erhöhen kann und dafür die Arbeit senken kann und immer noch den gleichen Output erreiche oder umgekehrt. Und wenn jetzt also der Hersteller eine der beiden Mengen festsetzt, hier sagen wir, er setzt die Menge x1 fest, dann ist klar, wie x2 festgelegt werden muss, um noch dasselbe Outputniveau Q wie vorher zu erreichen. Man sagt dann auch, x2 ist implizit als eine Funktion klein f von x1 festgelegt. Wenn ich mir das also hinschreibe, heißt das Q war f von x1 und x2. Und dann ist klar, implizit ist x2 eine Funktion von x1. Denn wenn x1 schon sehr hoch ist, kann x2 niedriger sein oder wenn x1 niedrig ist, muss x2 höher sein. Und hier schaut es also so aus. Und das kann ich jetzt relativ leicht nach f von x1 auflösen. Ich muss einfach durch 100 mal x1 dividieren in diesem Fall. Und dann kommt heraus, f von x1 ist Q dividiert durch 100 mal x1. Und diese Funktion gibt mir jetzt also an, wie sich x2 als Funktion von x1 ändern kann. Es ist also hier so eine reziproke Funktion. Wenn x1 hoch ist, ist x2 niedrig und umgekehrt. Und diese Funktion ist eben nur implizit definiert, weil sie nicht von Anfang an da steht explizit als f von x1 gleich irgendwas, sondern sie steht nur implizit da, dass nämlich diese Funktion groß f einen bestimmten Wert erreicht, wenn klein f von x1 geeignet gewählt ist. Daher der Name implizite Funktion. Und in der Mikroökonomie, im speziellen Fall einer Produktionsfunktion, wird diese Funktion auch Isoquante genannt. Bei einer Cobb-Douglas-Produktionsfunktion schaut die dann so aus und dann können wir eben für verschiedene Produktionsniveaus, könnten wir dann auch verschiedene Isoquanten haben. Ja, also die hier ist dann für irgendein Niveau q1, das für ein höheres Niveau q2, q3 und q4 und so weiter. Und wenn jetzt aber unser Niveau q festlegt, dann sehen wir eben hier auf der x1-Achse und der x2-Achse, welche Kombinationen von x1 und x2 denselben Output q erreichen. Und das ist also hier die Funktion f von x1. Und wenn ich dann den einen Faktor senke, dann muss ich den anderen Faktor erhöhen oder umgekehrt. Ich habe außerdem hier in der Grafik noch in Rot eine Tangente mit dazu gemalt und da werden wir dann wieder unseren üblichen Trick verwenden, dass wenn wir wissen wollen, wie die Substitution zwischen Faktor A und Faktor B ausschaut, dass wir uns da die Grenzrate der Substitution anschauen. Also die Steigung dieser Isoquante, damit wir in einer Nachbarschaft in dem Punkt drumherum auch leicht durch diese lineare Approximation sagen können, um wie viel muss sich der Faktor B erhöhen, wenn der Faktor A gesenkt wird oder umgekehrt. Im Einleitungsbeispiel war es nun besonders einfach, aus der impliziten Definition die explizite Definition aufzulösen. Hier schauen wir uns deshalb jetzt mal eine Musteraufgabe an, wo das nicht so leicht ist. Die Produktionsfunktion ist hier eine quadratische Funktion, x1² plus 5 mal x1 mal x2 plus x2². Im Moment verwendet der Hersteller die Faktorkombinationen 3 und 5. Es soll nun der Einsatz von Faktor A erhöht werden und der Einsatz von Faktor B verringert werden, und zwar unter Beibehaltung des aktuellen Produktionsniveaus. Berechnen Sie die Grenzrate der Substitution von Faktor A gegen Faktor B. Dafür wechsle ich einmal rüber in mein R, habe mir also hier die Funktion f schon einmal eingespeichert, und die momentane Faktorkombination ist 3 und 5. Also 3² plus 5 mal 3 mal 5 plus 5² ergibt 109. Und jetzt soll also der Faktor 1 erhöht werden. Können wir mal anschauen, was passiert, wenn wir den um eine Einheit erhöhen. Dann erhöht sich natürlich auch der Output und wir könnten den Faktor B senken. Probieren wir den mal um eine Einheit zu senken. Oder da kommen wir noch nicht ganz bei dem Niveau von vorher an oder um 1,1. Da sind wir immer noch nicht ganz auf dem Niveau von vorher. Und wenn wir hier auf 1,08 gehen, dann sind wir so in etwa bei dem Niveau von vorher. Gerundet werden das also wieder diese 109 Mengeneinheiten an Output. Wir haben also hier den Faktor 1 um eine Einheit erhöht und konnten deshalb den Faktor B um 1,108 Einheiten senken. Das ist jetzt natürlich der diskrete Schritt, wenn ich wirklich x1 um eine Einheit erhöhe. Wenn wir jetzt die Grenzrate wollen, dann schauen wir uns das natürlich an, was passiert, wenn wir das um eine marginale Einheit machen. Und dann probieren wir einmal zu schauen, was passiert, wenn wir es denn um 0,1 Einheit erhöhen. Und ich habe einfach die Senkung von Faktor B auch durch 10 dividiert. Und da sehen wir, da sind wir aber hier noch zu groß. Gehen wir mal auf 0,12. Und da sind wir schon näher dran. Ein bisschen größer müssten wir es noch wählen. Und dann können wir die Erhöhung noch mal marginaler machen auf 0,01 Einheit. Und auch hier dividiere ich das einfach wieder durch 10 und sehe, da könnte ich also noch ein bisschen weiter runter gehen. Und so käme ich dann noch ein bisschen näher dran. Also die Grenzrate der Substitution scheint irgendwie bei so etwas wie minus 1,24 in etwa zu sein. Aber genau müssen wir uns das natürlich ausrechnen, indem wir uns diese implizite Funktion jetzt explizit ausrechnen. Und dann können wir auch die Ableitung bilden. Wechsel deshalb also hier zurück auf meine Folien. Habe mir noch mal das Output-Niveau ausgerechnet. Und jetzt versuchen wir damit, diese Funktion F von X1 einmal explizit zu bestimmen. Ja, X2 ist implizit festgelegt als Funktion von X1. Dann setzen wir das ein. Dann haben wir da stehen X1 zum Quadrat plus 5 mal X1 mal diese Funktion F von X1 plus F von X1 zum Quadrat. Und auflösen wollen wir das Ganze jetzt nach F von X1. Das heißt, wir stellen das ein bisschen um. Wir schreiben das F von X1 Quadrat mal hier nach vorne. Den Term, den gemischten Term, lassen wir hier als zweites stehen. Und dann bringen wir noch die 109 auf die linke Seite. Dann haben wir da stehen X1 zum Quadrat minus 109 gleich 0. Und dann haben wir jetzt also eine quadratische Gleichung in F von X1 da stehen. Hier haben wir den quadratischen Term mit Koeffizient 1. Dann haben wir den linearen Term mit Koeffizient 5 mal X1. Und die Konstante ist X1 zum Quadrat minus 109. Wir tun also hier so, als würden wir X1 kennen. Das setzen wir dann ja hinterher in die Funktion ein. Und diese quadratische Gleichung können wir jetzt mit den üblichen Methoden lösen. Also wir können sagen, das sind unsere Koeffizienten ABC. Und dann können wir die große Lösungsformel, die ABC-Formel für quadratische Gleichungen verwenden. Oder wir könnten sagen, das hier ist P und das hier ist Q. Und dann könnten wir die kleine PQ-Formel zum Lösen verwenden. Auf jeden Fall nehmen wir einfach eine der Lösungsformeln für quadratische Gleichungen her. Außerdem nehmen wir dabei nur die positiven Lösungen, weil wir wissen, dass sowohl X1 als auch X2 beide positive Mengen sein müssen, mit denen wir produzieren können, nicht mit negativen Mengen produzieren. Deshalb nehmen wir hier also einmal Minus B. Nicht Plus Minus, sondern nur Plus. Die Wurzel aus B² minus 4 mal A mal C. B war eben 5 mal X1. A ist 1 und C ist X1² durch 109. Und das Ganze dividieren wir dann durch 2 mal A. Das ist das, was wir hier stehen haben. Und wenn wir hier die Terme noch ein bisschen zusammenfassen, die 25X1² minus 4X1², dann können wir das Ganze noch umschreiben. Zu 21X1² plus 4 mal 109 sind 436. Und dann haben wir diese Funktionen da stehen, die uns explizit angibt, wie X2 eine Funktion von X1 ist. Ich wechsle auch hier nochmal auf mein R. Ich habe mir die Funktion f vorher schon einmal eingespeichert, genauso wie wir sie auf den Folien stehen haben. Und dann können wir uns jetzt ausrechnen, wenn X1 jetzt 4 ist, dann bräuchten wir nur noch ein X2 von 3,9, nicht mehr von 5. Also wenn wir dann hier das F3 einsetzen, bekommen wir die 5 raus, bei der wir gestartet sind. Und wenn wir dann die Differenz zwischen den beiden bilden, dann sehen wir die Differenz, die wir da rausbekommen, also die Veränderung des Inputs X2. Und wenn wir das jetzt auf 0,1 setzen oder 0,01 oder 0,001, dann sehen wir, dass sich das eben so langsam der Ableitung annähert. Hier wollen wir jetzt wirklich die Ableitung analytisch ausrechnen, die Grenzrate der Substitution. Und nachdem wir ja die Funktion f von X1 explizit ausgerechnet haben, müssen wir diese Funktion jetzt nur noch in Anführungsstrichen ableiten. Da haben wir einmal diese Wurzelfunktion, multipliziert mit 1,5 und dann haben wir noch minus 5,5 mal X1, das wird einfach zu minus 5,5. Ich setze das hier also einmal schon direkt ein, Ableitung ausrechnen können wir schon, tue ich hier nicht noch mal alles explizit vor. Wir sehen aber, dass diese Ableitung ein relativ komplizierter Ausdruck wird, aber in den können wir dann letzten Endes an der Stelle 3 einsetzen und bekommen dann einen Wert von minus 1,24 heraus. Die Interpretation ist dabei also, wenn Faktor A um eine marginale Einheit erhöht wird, dann muss Faktor B um circa 1,24 marginale Einheiten verringert werden, damit das Produktionsniveau unverändert bleibt. Und je kleiner diese marginale Veränderung ist, desto präziser ist diese Approximation. Und das ist also dann diese Interpretation als Grenzrate der Substitution, die in der Volkswirtschaft standardmäßig verwendet wird. Diese Berechnungsmöglichkeit war dabei relativ aufwendig. Was haben wir gemacht? Wir haben die Funktion mit der Nebenbedingung, also dem Outputniveau angegeben und haben dann explizit aufgelöst und diese explizite Form der Funktion dann abgeleitet. Das, was wir uns dann im nächsten Video anschauen werden, ist, dass es für das Ganze noch eine weitere Berechnungsmöglichkeit gibt, mit der das Ganze sehr viel schneller geht.